Yo 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 Leute, willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ich bin hier gerade auf der Seite von Shure AI und dieses Entwicklerteam sitzt gerade an einem Mod für Skyrim. Das heißt, diese Mod hier ist eine vollkommene, oder was heißt vollkommene, eine Komplettumwandlung von Skyrim. Das heißt, hier sieht man die Features. Es ist eine vollkommene neue Spielwelt dabei. Eine neue Story, neue Charaktere, neues Skillsystem, neues Gameplay, Survival Elementen und sonst was nicht. Und man hat im Grunde genommen 30 bis 100 Stunden geschätzte Spielzeit, so wie auch das normale Skyrim, also das normale Spiel. Und ich wollte euch einfach mal fragen, ob ihr darauf Bock hättet. Ich werde den Link noch in die Beschreibung packen. Hier ist noch ein Trailer dazu, den könnt ihr euch gerne angucken. Das wird als allererstes in Deutsch released, am 1. bis 3. Juli, also in einem der Tage. Heute ist der 29. Und ja, ich wollte euch einfach mal fragen, ob ihr auf sowas Bock hättet. Natürlich läuft dann auch Minecraft oder sonst was nebenher, oder was heißt nebenher als Hauptprojekt. Das würde dann einfach nur so ein Nebenprojekt sein. Und ich wollte euch einfach mal fragen, ob ihr auf sowas Bock hättet oder eben nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr nicht darauf Bock hättet, oder beziehungsweise, ja, schreibt mir mal wieso nicht. Also, ob euch das nicht interessiert, oder ob euch generell Mods nicht so interessieren. Ihr müsst euch das vorstellen, als wäre das ein neues Spiel. Also es basiert auf der Skyrim Engine, aber es ist einfach alles vollkommen überarbeitet. Neue Gegner, neue, ja, Reiche, neue Ebenen, neue Bosse, neue Gegner. Das ist einfach vollkommen alles neu. Und dazu kommt auch noch, da sind professionelle Storysprecher bei, oder Synchronisationssprecher, so. Und das heißt im Grunde genommen, das ist wirklich, ja, wie ein echtes Spiel. Und das finde ich super Hammer. Ich bin da super gehypt drauf. Die haben auch hier den Oblivion Mod Nerim gemacht und den Morrowind Mod Arcovent vielleicht von gehört. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich euch mal gerne fragen, was ihr davon haltet und ob ihr dazu gerne ein Let's Play sehen wollt. Das würde ich nämlich irgendwie, glaube ich, sehr, sehr gerne machen. Mal gucken, wie eure Meinung dazu ist. Und ja, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Das war es schon. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Also haut rein und tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü